Herzen irgendwann, du findest Freunde fürs Leben und in der Augen strahlen, dann wir können Frieden finden und nur darauf kommt es an. Es braucht vielleicht nur etwas Mut und irgendwie tut es auch gut, wir gemeinsam eine Zukunft bauen, voller Hoffnung und voll Vertrauen. Einer reicht dem anderen seine Hand. Ist die Welt so weit? Bist du auch bereit?